Ist das das Ende für EU Pro, Dunibook und Yu-Gi-Oh Omega und Yu-Gi-Oh Nexus? Oder wird das ein kompletter Reihenfall von Konami? Wir sind gespannt. Damit hallo und herzlich willkommen, ich bin Sorotin und heute gibt es ein Update zu Yu-Gi-Oh Master Duels. Yu-Gi-Oh Master Duels Eine unglaublich heftige Info, die wir gerade in der Next bekommen haben. Yu-Gi-Oh bekommt einen Online Simulator und zwar nicht irgendwelche anderen Regeln, sondern Master Duels Regeln. A digital card game that lets you play Yu-Gi-Oh OCG TCG Wir können endlich die Sachen, die wir auf Edu Pro gemacht haben und auf Duels gemacht haben in einem richtigen Simulator spielen, der von Konami supportet wird. Und ich bin ehrlich Yu-Gi-Oh Master Duels Sieht richtig, richtig heftig aus. Master Duels wird es geben für Steam, Xbox One, Xbox, alle Konsolen geben. Für Android. Die Frage, die ich mir stelle ist, wird das kostenlos sein? Müssen wir dafür was bezahlen? Und ganz ehrlich, haben wir da alle Karten? Ich persönlich habe noch keine Ahnung, aber guckt euch mal das Gameplay an. Junge, 4K-Auflösung. Die haben sogar gesagt gehabt, ihr könnt sein Android spielen, aber Junge, holt es euch für die richtige Konsole oder für den PC. Sieht das nicht insane aus? Ich möchte aber ganz kurz nochmal anmerken, dass an den Seiten Monster zu sehen sein werden. Was die jetzt genau machen, keine Ahnung. Aber sie sehen unglaublich cool aus. Guckt mal, ihr habt den Dark Magician, ihr habt den Cyber Dragon Infinity. Oh mein Gott, der ist richtig cool. Wann genau wird dieses Spiel bekommen werden? Noch keine Ahnung, aber es wird wahrscheinlich noch dieses Jahr passieren. Es würde mich unglaublich wundern, wenn das nicht passiert. Sagt mir, was ihr davon haltet. In den Kommentaren denkt ihr, dass Edo Pro und Dueling Booker damit abgelöst werden, denn wir haben damit eigentlich einen offiziellen Simulator. Ich glaube, dass es ein bisschen davon abhängt, wie genau das Spiel jetzt gestaltet wird. Aber erstmal, es sieht awesome aus. Kettenglieder sehen insanely cool aus. Und ich bin einfach nur gehypt auf Yu-Gi-Oh! Master Duels. Ich hoffe, ihr seid es auch. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Video oder rein? Ciao Leute! Tschüss! 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 Das ist das Einzige.